Metallloch Ness! Metallloch Ness! Wenn ihr sie anfeuern wollt, den Klatsch! Voll los! Das ist ein Küken. Das ist ein Küken. Aber ich glaube, man hat das Küken mal gewinnt. Ich glaube, das ist ein Küken. Ihr könnt ja dazu auch noch klatschen. Sie hat ganz doll Angst. Wer, 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 wer. Wer mit dem Gänchen ist, ist Zollos. Zollos ist Fabius. Wir haben die Ansage. Wer Stahl hat, der ist ein richtiger Kunde. Der kann auch hingerichtet werden. Das ist jetzt eure Entscheidung. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Vielen Dank.